Willkommen zurück bei Tränen des Königreichs. Das ist cringe, wenn man das auf deutsch sagt, oder? Tears of the kingdom. Für Glück übersetzen sie die Titel der Spiele nicht. Wir sind gerade unterwegs zum letzten Schrein. Wir holen uns jetzt diesen Hinweis und diesen Geist, der uns dann die Höhle zeigt, wo wir rein müssen, wo dieser Schrein ist. Jetzt zeig mal. Hier ist ein Krog. Nehmen wir mit. Keine Ahnung, wie viel Krog es gibt. Weiß nicht bei mir, was das letzte Mal waren bei Präf of the Wild. Kann es 600? Kann es 900? Ich glaube, das ist von der anderen Seite zugänglich. Sorry. Ja, ein Krog. Ah ja, da oben. Den kehre ich wieder mit. So teilt sich das gut auf. 170. Noch ein Krog. Noch ein Krog. Also anhand der ganzen Krogs haben wir hier gefühlt noch... Oh, hier. Hölle am Westruni-See. Hölle am Westruni-See. Hey! Den nehmen wir gleich mit. Nice. 70. 30 fehlen noch. Da ist der Schrein. Wow, Oza-Schrein Nice Ist das jetzt nur Belohnungsschrein, wenn wir ihn entdeckt haben? Ne, das ist schon ein Quest-Schrein Ja Der letzte Schrein ist ein Quest-Schrein Hey Boah, ich bin Ich freue mich Wir hatten so lang keinen richtigen Quest-Schrein mehr Die werden dann irgendwann rar Was ist denn das? Wie mache ich denn das? Was muss ich denn hier machen? Hä? Okay, muss ich da ein Katapult bauen? Okay So, schauen wir mal Ich werde das nicht reichen und ich muss noch eine Möglichkeit finden, wie ich das So Ich das dann raushol Ah ja Nice Ich meine, es ist nicht der schwierigste Schrein Aber schon cool Ich könnte auch cheaten Aber ich mag jetzt beim letzten Schrein nicht cheaten Ich könnte ihn ja anders auch aktivieren Aber Mofan Okay Okay Noch ein bisschen weiter vorne Ein bisschen weiter hinten. Interessant. Das ist halt mit vollem Gewicht, glaube ich, Treffen. Ich muss mich selbst schießen. Sogar, bitte mal, die beiden kombiniert, dann ist das ja schwerer. Nice. Ruhe haben wir hier. Wir haben auch gleich mit. Eine scharfe Medizin. Okay. Oh, so reicht's. Oh. Mega beinlich. Aber, wir können uns an der Zeit der Welt lassen, im letzten Schrein. Nice. Nice. Give it to me. Oh, ich suche dieses Bandschrein, sei das uralte Böse versiegelt. Sei gelobt dafür, es bisher geschafft zu haben. Nun soll das reinigende Licht nicht erfüllen, welches an diesem Ort ruht. Ich liebe es. Ich liebe es. Okay. Ich liebe es. das heißt drei herzen bleiben aus dies ist das letzte segenslicht das ich erfüllen soll wie gibt ich nun zum tempel der zeit oha der beflüssene bilder ich bekomme was am ende ok nehmen wir noch den krok da draußen mit und dann begeben wir uns zum tempel der zeit was muss denn wirklich hier irgendwo sein hier nicht hier direkt daneben nice wenn ich jetzt die berge ansehen hier haben wir noch einiges eigentlich zu erledigen das ist das ist crazy dann waren wir mal zum tempel der zeit nice und ich glaube ich habe gesagt wenn wir das haben dann machen wir den final boss und ich bin jetzt so dass wir in die richtung final boss gehen werden das dann wahrscheinlich im stream machen und das wird wahrscheinlich ich setze mal jetzt ein datum an dafür b hier ist noch ein krok nice den haben wir auch gleich mit also wir werden vermutlich fangen wir boss machen und dann nach krokhanding oder so irgendwas eine belohnung im tempel der zeit eine belohnung im tempel der zeit und hier kann ich nochmal beten dahinter ist eine truhe ich hätte gern herzen schön schön herzen du hast du das hast du mir hin Wenn du dich aufnimmst, wird dich die Aura des Helden umhüllen und du nimmst dein Aussehen an. Okay. Das nenne ich eine coole Belohnung. Das nenne ich wirklich eine coole Belohnung. Das nenne ich wirklich eine coole Belohnung. Die Quests, die machen wir noch. Videos haben wir doch alle. Ein Video fehlt, das wird wahrscheinlich dann auch kommen. Das Bild haben wir dort noch. Äh, Ramdas Erwachen. In jenen Ruinen, in den Ebenen von Hyrule, in denen gekämpft wurde. Dann müsste man eigentlich ein Schloss. Wo wurde gekämpft? In den Stallungen? Gibt es denn hier Farmruinen? Da wird er nicht gekämpft. Zinkvogelwiese, maximal hier Garnitionsruinen. Umschlagplatz? Hm. Zinkvogelwiesen. Ah, am ehesten halt wirklich Stahlruinen, Stallruinen. Am ehesten halt wirklich bei den Garnitionsruinen. Oder eben in den Ruinen von Hyrule Stadt selbst. Oh, jetzt ist da. Da unten ist mein Pferd. Nehmen wir ein Pferd mit, dann sind wir schneller. Ah, es sieht halt schon cool aus. Ist schon eine okaye Belohnung. Besser als wenn man nur die Wurzeln hat unten. So, mit dem möchte ich kurz quatschen. Ich glaube, da wird mir sagen, dass noch 30 fehlen oder so. Sei gegrüßt, eine schöne Nacht. 31. Ah ja. Sind denn Mariois in der Gegend? 31 noch. Festlich vom hier im Bereich des Dämpels der Weißen. Okay. Festlich im Bereich des Dämpels der Weißen. So, ich bin gespannt, was bei Ramdas Schatz rauskommt. Also ich schätze mal hier in den Garnitionsruinen ist das, wo gemeint worden ist, da wo gekämpft wurde. Weil hier kann ich mir auch vorstellen, dass eben Statuen entstehen. Da sind wir noch nicht. Ah! 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 Was ist denn da der Clou? Schauen wir noch mal. Ruinen, wo Krieger sich eins in Kampfermaßen bringen, den Statuen der beiden Campen eines Soldaten zwei hinter da. Irgendwie ist das hier nicht so. Sieht nicht so aus. Westlich wird der gemeint sein, ob sowas sein. Wir sind auch soweit keine Statuen. Oh, ich kann auf der Karte ja wieder den Brunnen einstellen. Kann ich da auch? Ist das so wie ein Gegner? Ist da diese Marioi dabei? Hat er nie fotografiert? Fällt der unter Tiere? Hm. Ich muss das gleich mal genauer eruieren, wo der reinfällt. Nicht jetzt? Möbendorfruinen, Farmruinen. Alles nicht das, wo jemand gekämpft hat. Also schon, vielleicht ist das, wo er gekämpft hat. Aber... Nicht das, was wir suchen. Das ist ja so. Oh, ho. Ho, 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 ho. Gehen wir mal zur Brunnen-Lady ist oben. Die Brunnen-Lady ist oben. Die steht da hinten nochmal. Diesen Brunnen. Keine Ahnung, wieviel ich seit dem letzten Mal begegnet bin. So. Brunnen-Lady. In seltenen Fällen kann man Feen im Brunnen treffen. Ja, ich weiß. Genau das. Ich habe neue Brunnen entdeckt. Und vier weiteren. Sechs weitere Brunnen. Okay. Sechs weitere Brunnen noch. We can do it. Was ich mich noch frage ist, ob die irgendwie was anderes triggern hier. Du fühlst dich bestimmt schlecht, weil die Prinzessin, ja. Okay. Nichts anderes. Die werden hier auch nichts was anderes triggern. Die sterren alle schon so auf die Prinzessin. Hattie, auch nicht. Könnte ich nur noch da hinten drinnen Richtung Schloss schauen? Ja, bitte. Mach mal zwei Zusatzbatterien. Nice. Zwei noch. Wird dann noch eine andere Farbe bekommen? Hm. Also was jetzt sein kann, was ich mir noch gedacht habe, ist, dass das hier irgendwo ist. Aber. Das sehe ich halt auch nicht. Wo hier eine Statue wäre von jemandem, der gekämpft hat. Ich habe zuerst gedacht, hier ist das. Aber das ist ja eine ganz andere Statue. Hm. Hm.